Oh, Altwaiter. Also ich glaub, die Bianca ist tot. Sarah? Hallo. Johnny! 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 Hm. Waffe. Hat irgendjemand jemand über ne Waffe geklaut? Waddel? Hab die noch nicht. Hm. Bam 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 bam! Waddel? Hm? Wie viele Töter haben wir denn jetzt eigentlich? Nein. Aha, also beide Töter. Hast du schon mal versucht das Spiel neu zu starten? Ja. Also bei mir ging das immer. Also bei mir war das auch schon mal, dass der nicht gezeigt wurde. Ja, da müssen wir ein paar mal probieren, dann geht das ja. Genau. Noch 10 mal. Noch. Entschuldigung. Warum? Hm. I think the boys want to kill us. The boys? The boys? The boys? The boys? The boys? The boys. Of Germany. Oh, are you a traitor? World Raider. Also ich glaub die Bianca ist tot. Sarah? Bianca, du schreis wenn du tot bist, ist nicht gut. Ich war noch ein Fall. Nein, du lagst nochmal rein. Und dann kommt man in den Boden noch nicht vorüber. Jetzt blutet mein Auge. Gut, ich dachte, ich wäre mehr im Fallen, aber ich war anscheinend schon auf dem Boden auf dem Kopf. Johnny, hör auf, ich mache genug. Nö, nö, aber... Mach ich gerne. Ne. Ne. Johnny, ich habe da eine Waffe gefunden. War nicht wie dieses Ding. Guck mal, Johnny. Oh. Oh. Ich nehme einfach irgendwas, hauptsache ich kann... Ach man. Wieso habe ich schon wieder so Kopfschmerzen? Kann ich dir auch nicht sagen. Wer es denn jetzt wäre? Der Paddel? Bestimmt. Ups. Da wollte ich eigentlich gar nicht reinschreiben. Vielleicht ist das Passwort eigentlich. Ich habe da reingeschrieben. Echt? Ich wollte gerade das Passwort reinschreiben, ey. Toll. Das Passwort ist also jetzt echt? Nein. 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 Ach, dein Versuch ist es nochmal wert. Hallo? Ne, dir traue ich nicht mehr. Ich habe gerade noch eine Waffe gefunden, Paddel. Wir haben zwei. Ich habe gerade noch eine Waffe gefunden, Paddel. Wir haben zwei. Ja, klar. Es gibt zwei. Es gibt mehr als zwei Waffen. Hallo? Wie bist du da raus? Soll ich das euch jetzt noch den zehnten mal erklären? Ja. Paddel hast bestimmt Vader. Ja. Was würde der nicht da oben sein? Hä? Hä? Nee, Paddel. Passt schon. Hä? Hä? Bouncing. Bouncing up and down. Bouncing. Bouncing. Hm. Donnie ist schon wieder so versteckt. Donnie ist schon wieder so versteckt. Donnie ist schon wieder so versteckt. Donnie ist schon wieder so um Leute zu töten. Wer? Ah, liebst du überhaupt noch? Ja. Das ist schön. Schön zu wissen. Das ist schön. Wo überhaupt Sachen? Wo rennst du in Circa? Das ist schön. Wo rennst du? Auf der Map hier. Oben. Dann nicht schwimmen. 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 Ich schwimmen überhaupt nicht. Doch, du bist im Wellnessbecken. Ich seh das doch. Ja, ich muss mich ja... Ich muss mich ja... Verholen. Von dir. Sarah kommt auf dich zugehört. Hm. Hallo Traderin. Hallöchen. Ne? Ne? Sarah? Warum bist du hurt? Sarah? Ich überhaupt nicht. Hä? Bei mir steht es zu. Healthy. Okay. Sarah? Wenn du jetzt Trader bist, na? Dann bin ich das nächste und einfach tot. Wenn du mich hier einfach umschießt. Dann schießt du mich tot? Ja. Oh. Oh, da geht noch ein Paddel. Oh, da auch nicht. Aua, aua. Oder Sarah hat sich jetzt verletzt. Ich bin nicht mal verletzt. Ich glaube, es ist Paddel. Oder hat Johnny gerade irgendwas abgescheuert? Nö. Johnny war direkt vor mir. Das hätte ich gesehen. Nein. Da ist ja mal gestorben. Und Sarah, wo bist du? Oh no. Sind alle anderen tot? Weiß ich nicht. Du hast... Du hast... Björn kann auch schreien, oder? Aber Johnny nicht. Ja, der schreit ja auch nicht, wenn er tot ist. Ja, der schreit ja auch nicht. Oh mein, no. Ja, der schreit ja auch nicht. Oh... Du, Sarah? Dreh dich mal um. Nein. Ah. Dann könntest du wieder wach. Alles gut. Warst du später? Oh mein Gott. Ich? Nö. Du kamst aber auf die Ecke. Ich hab damit überhaupt nicht gerechnet. Du kamst aber auf die Ecke. Ich hab damit überhaupt nicht gerechnet. Ich hab mit dir geschaut. Ich hab wotiert und wenn du nicht wollen, Ja, wie es sein soll. Ja, wie es ist... Du kannst du nicht überlegen. Vielen Dank.